Ja, und damit willkommen zurück zur Let's Play Live Show, zum Halloween Horror Special. Heute mit Daylight jetzt. Eine neue Geschichte. Machen einen neuen Speicherstand. Ja, möchte ich speichern. Was? T-E-W? Was? 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 Huh? Hallo Söckchen! Äh... Hol Syndikat? Was? 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 Okay. Was? Slender? Jetzt habt ihr wahrscheinlich gerade ein Blue Screen. Das liegt aber daran, weil gerade ein Speicherstand erstellt wird. So. Was? T-E-W? P.P.T? Fragezeichen? Hä? 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 Ich hab keine Ahnung. Bleibt einfach dran und ihr werdet sehen und euch freuen. Monopolis. Ich hab keine Ahnung. Ja, ja. Ja, 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 ja. Sarah, listen to me. Oh, no. Kann ich nochmal schmeißen? Ich muss mal ein bisschen die Steuung nochmal reinkriegen. Ah, Sarah. No matter where you go. There you go. There you are. Ah. So. Okay. Das Labyrinth wird gerade erstellt. Das ist super. Dann kann ich nochmal eben hier an den Dings gehen. Und ihr wisst ja, Daylight ist ja so mein Kryptonit, ne? Es wird gerade ein neues Labyrinth erstellt. Deswegen sieht man diesen Kreis da. Mmh, 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 mmh Warum kommt jetzt schon die beruhigende Musik? Ja, das klingt super. Suche die Relikte. Sechs Stück brauchen wir. Noch ist der Weg einfach. Da flüstern ein paar Stimmchen. Oh, guck mal an. Ich werde auch nichts lesen hier. Also, wir kennen die Geschichte. War das gerade nicht noch da? Ist doch noch ein roter Zettel. Ja, ja, ja. Haben wir schon gelesen. Die Musik macht es nicht angenehmer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, guck mal. Vier von sechs. Sehr schön. Wo sind die 32 Leute hin? Ich weiß es nicht. Ich habe kein... Alter. Alter, auf. Ich habe keine Ahnung, ab wie viel Jahren Daylight ist. Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Was ist das denn da hinten? Ach, eine Tür. Jeder hat mich verspottet. Aber, äh, ich wusste es, dass Flexi da ein Daylight spielt. Jeder hält mich für verrückt. Leiden sie mich für verrückt. Ach, guck mal an. Alter, was ist das denn für ein Labyrinth? Nein, was? Ja, wir haben schon mal die Tür gefunden. Das ist schon mal super. Omi? Was? Omi? Das ist wieder die Omi. Omi-Liebe. Ah, hier ist auch noch eine Tür. Ich schaue mal, ob hier vielleicht ein rotes Relikt liegt. Die Toilette. Komm, schau, 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 schau. Ich hab den Stream nicht aktualisiert, was? Ich dachte, es kommt was anderes. Es kommt ja noch. Was ist das für ein Schatten gewesen? Alter. Ich hab wohl die Paras. Hier vielleicht noch was? Ja. Ja, ich muss das scheiß Siegel sammeln. Ja, wo ist das scheiß Siegel? Nein, 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 nein. Ich werde mich jetzt nicht umdrehen. Ich weiß, sie ist da. Die Oma. Ich weiß, sie ist... Alter. Ich weiß, sie ist da. Die Oma. Oma. Da ist auch noch eine Tür. Gehen wir mal da rein. Wir müssen doch das scheiß Siegel finden. Verdammt. Alter. Hört auf mit der Scheiße. Verdammt. Ich bin ganz schön mutig, dass ich hier so lang renne, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es einfach nur schnell hinter mich bringen. Da ist eine Sackgasse. Da geht es auch noch weiter. Wo geht es hier lang? Warte mal. Ist das... Ist das ein Zombiespiel? Nein, ist es nicht. Da ist das Siegel. Ja. Ja, 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 Siegel. Es ist kein Zombiespiel. Nein. Nein. Began mit Infection. A black veil of sickness, disease, despair. Sudden und swift. Geh weg! Geh weg! Ich hoffe, die Kack-Oma kommt jetzt nicht. Um, 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 um . Ja, ich sehe die Tür, die Tür! Yo, yo, lol So warte Dinn dinn Das Tötert Menschen Alter, ich vergesse mal, dass er, äh, Alter. Ist das sowas wie PT? Ja, nicht ganz. PT ist ja noch ein bisschen härter, aber das Ding ist schon echt krass hier. Mit der Oma. Oma, ich war nie für dich. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Sarah, listen to me. Ah, guck mal hier. So, warte mal. Klettern war Kreis, ne? Ja, Kreis war. Kletter doch da rauf. Ich glaub's ja wohl. So, klettern. Füße. Feed. Oh, ich hab mir grad noch irgendwie so ne, grad noch so ne Wurst reingeschoben. Entschuldigung, das klingt falsch. Ich mein, so ne Wurst gegessen noch. Ich muss jetzt so unheimlich aufstoßen grad die ganze Zeit davon. Ich hab mir ne Wurst reingeschoben und nicht das, was ihr denkt, ne? So, ähm. Ich muss die ganze Zeit aufstoßen. Warte mal eben. So. Weiter geht's. Ähm. Hallo. Das, 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 das Schlimme an dem Spiel kommt ja noch. Das, das ist ja noch alles hier so relativ einfach und alles noch einfach gestrickt. Aber, das Schlimme kommt noch. Ich sag nur der Knast. Mehr sag ich dazu nicht. Es kommt noch der Knast. Und das ist eigentlich der Schlimmste dabei, der Knast. Weil, da geht, geht die, geht die, geht die Salte vor allen Dingen. Geht die Alte, wollte ich sagen. Geht die Alte mit nämlich sowas von auf den Sack. Gleich. Das wird, äh, es ist nicht mehr feierlich. Also, von der Atmosphäre her und so alles ist das schon echt cool gemacht. Ne? Klar, es ist nicht so, wow, boah, hey, Story haut mich jetzt voll um und alles. Aber, ist trotzdem ein richtig geiles Horrorspiel. Gratias, Halloween-Stream ist besser. Ja, Justin, da musst du ihn, den Stream auch gucken. Viel Spaß dabei. Tschüss. So. Ähm. Also, ich verstehe manche Leute, verstehe ich irgendwie nicht. Ne? Ich muss einfach mal, mein, mein Senf muss ich einfach mal loswerden. Gebt mir immer wieder solche Leute. So. Hey. Ungefallene Möbel. Hallo. Okay, da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drin. Ah, okay. So, warte. Ist hier noch irgendwo eine Seite? Hm? Alter. Was? 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 Was ist das? Wo ist das, VfM? Was? Was? Was war denn das? Hallo? Was war das? Alter, das Spiel schockt mich immer wieder. Das ist faszinierend. Ich kann das, glaube ich, hundertmal spielen und irgendwie. Ich hoffe, das Labyrinth ist einfach diesmal und nicht so schwer. Was ist das? Meine, mein Gequatsche. Ich entschuldige mich, dass ich, dass ich mich so schrecklich anhöre. Hallo? Hat, na, sag mal, hallo. Sag mal. Ah, zwei von sechs. Yeah. Ich weiß gar nicht, was die Bedrohungsanzeige unten bedeutet, weil die stimmt eh nicht. Ah, da ist eine Seite. Seite, 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 Seite. Warte. So, drei von sechs. Ich werde auch wieder versuchen, die Fackel, die Fackel vielleicht nicht zu benutzen. Guck mal, da ist auch eine Seite. War das Gewitter oder war das eine Klospülung? Mein Gott, ich quassle doch hier mit den Zuschauern. Jetzt lass mich doch mal machen. Okay. Ich glaube, die Oma ist da. Oma? Was ist mit vorlesen? Vorlesen? Nein, mach ich nicht. Also, Story kennen wir in- und auswendig. Ansonsten guckst du einfach mal mein Let's Play auf meinen Channel. Ähm, da habe ich ja das zum 200-Abonnenten-Special gemacht. Ähm. Aber wie gesagt. Der Sigil ist hier. Der Sigil ist hier. Boah, wie der jetzt gesprochen hat, ne? Der Sigil ist hier. Alter. Wie so ein Oberfeldwebel. Jetzt müssen wir nur noch das Signal finden. Ich rede nur, um mich selbst zu beruhigen. Was? Ich rede nur, um mich selbst zu beruhigen. Ich will das Siegel finden. No, 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 no. Weil, wie gesagt. Wenn ich jetzt hier die Story noch... Äh, das wird sich, glaube ich... Was war das denn? Ach, das ist mein Bettmodell übrigens. Ich fliege übrigens nachts auch mit meinem Bett so rum. Alter, was ist das für ein Labyrinth? Was? Okay. Ist das so eine Endlosschleife wie bei PT jetzt, oder was? Ich weiß, dass die Oma da steht. Geh weg. Geh weg. Die steht da. Geh weg. Geh weg, Oma. Geh weg. Geh weg, du Nervs. Geh weg. Ich mach grünes Licht an. Geh weg, Oma. Ciao. Ich weiß, die steht da. Sie soll abhauen. Ja. Die Tür haben wir schon mal gefunden. Aber scheiße. Die Oma steht da, ne? Fuck. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich guck dich nicht an. Geh weg. Ich guck dich nicht an. Aber wo ist das Siegel, verdammt? Alter, ist das groß. Ja. 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 Siegel. 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 Ja. Ja. Oma, Liebe. Immer wenn ich dich gebraucht habe. Wenn ich einsam brauche. Oma. Du warst nie für mich da. Geh weg. Geh weg. Ich kann mich nicht wehren. Geh weg. Ciao. Ja. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Äh, gibt's ne Kurzfassung in der Story? Ja, ähm, 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 hier wurden 13 Hexen vergraben unter dem Krankenhaus, was hier gebaut worden ist, oder beziehungsweise in der Nähe vom Krankenhaus, und die wurden irgendwann ausgegraben. Und, ähm, man findet in der Story dann irgendwann heraus, dass man, ähm, ja, die 13. Hexe ist. So, das ist so die Kurzfassung. So, aber wie gesagt, die Story... Die Story ist jetzt nicht so weltbewegend. Aber wie gesagt, äh, schaut's euch einfach das Let's Play an, oder so, oder nicht nur bei mir, aber bei anderen, oder so. Müsst ja nicht unbedingt bei mir gucken, wenn ihr lieber einen anderen Let's Player guckt, oder so. Nesta, ich grüße dich. Hallo und willkommen, Nesta. Zu der Let's Play Live Show. Willkommen in der Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag 20 Uhr. Every Friday and Saturday. Oh nein. Und jetzt ist eigentlich... Jetzt ist eigentlich die Stelle, die ich am meisten hasse in dem Spiel, und zwar die Knaststelle, weil... Ihr wisst, was das heißt. So, dann gucken wir mal, wo wir hier... Hier Seiten finden. Okay, da war nichts. Hier vielleicht Seite. Scheiß Fliegen, Alter. So. Was ist denn da drin? Okay. Ähm... Ist mir auch definitiv zu ruhig hier gerade, deswegen rede ich mal ein wenig. Ach, guck mal, eine Kiste. Da ist aber nichts drin gewesen. Sehr schön. Je mehr Seiten man hat, desto schlimmer wird. Es ist so ein bisschen wie bei Slender. Je mehr Seiten man hat, genau. Was? Geh weg. Hallo? Konnte man nicht gerade den Schrank noch öffnen? Soll ich gerade sagen. Mach nochmal eben hier so ein grünes Lichtlein an. Grünes Lichtlein. Bleib bei mir. Grünes Lichtlein. Ich kauf dir auch ein Bier. So, das 2 von... 2 von 6. Psst, Looper, nicht zu laut reden. Ja. Ja, 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 ja. Wir haben schon mal das Siegel gefunden. Oh, komm an. Ja, Siegel haben wir schon mal gefunden. Sehr schön. Das heißt, wir müssen jetzt... Alter. Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, dieses Kack. Ich meine, hey, ein Bild. Können wir mal hier mal 5.000 für diesen Herbst geben? So viele Spiele ich mir leisten kann. Wieso sind wir denn jetzt wieder hier? Alter. Chilla, chilla. Hör auf damit. Warte mal, da waren wir schon, ne? Oder? Ich glaube, ja, was war das denn? Boah, ich hasse dieses Spiel, ne? Ich hasse dieses Spiel, weil das so gut ist, so gut die Atmosphäre überbringt. Auch wenn es nicht so toll aussieht. Aber... Guck mal, da weht Papier. Warum auch immer. Boah, wo gehen wir denn lang? Wir müssen auf jeden Fall noch drei Seiten finden und, äh, den, 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 die, die, die Tür. Die Tür. So, warte mal. Alter, mach wieder Dings an. Mehr, 5.000 gibt's, gebe ich dir 5.000. Hörschild stand, ja? Hallo? Hallo, ich will... So. Sag mal. Ha. Pixel genau öffnen, natürlich. Das fiese ist ja, dass die manchmal auch kommt, wenn es total still ist. Und auf einmal steht die da. Boah, da krieg ich einen Anfall. Da brauch ich erstmal... HUAH! Alter! Alter! Finne! Du Kacksau, Alter! Du alte Kacksau! Alter! Boah, wie peinlich! Du darfst gar nicht sehen. Alter! Das meinte ich nämlich damit. Ich hasse diese Stelle. Diese alte Mistratte. Soll sich verziehen. Verpiss dich, Oma. Ich hasse dich. Huuu. 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 Die soll abhauen. Die alte Kackpratze. Hallo, Martin. Martin, spinnt auf. Die steht da. Steht da. Die steht da bestimmt wieder. Mann, mach die Sche... Mach die Sche... Mach die... Scheiß... Tür... Oh, Alter. HUAH! HAAA! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Die steht da! Alter, die steht da! Geh weg! Ciao! Lalalalalalalalalala! Lalalala! Hier waren wir noch nicht. Huuu. Hallo? Ha! Ja, wir haben die... Huuu! Alter! Wir haben die Tür gefunden. Das ist schon mal sehr schön. Tür haben wir schon mal gefunden. Und Siegel, das passt doch. Brauchen wir nur noch... Brauchen wir nur noch zwei Seiten. Huuu. Oma, 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 Oma. Oma, Oma, Oma. Oma, geh weg! 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 Scheiße, Sack hast du. Scheiße. Fuck, die steht da. Die scheiß Oma steht da irgendwo. Geh weg! Geh weg, Oma! Geh weg! Geh weg, 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 ciao! Scheiße, wo müssen wir denn... Ja, 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 ja! Halt die Klappe, mein Gott! Ich weiß noch nicht, wo wir langlaufen sollen, wo wir noch nicht waren. Das ist das Problem. Hier kam die Kackbratze vorhin, ne? Waren wir hier schon überall? Nein, hier waren wir noch nicht überall. Alter Finne. Waren wir hier schon? Nein, noch nicht. Alter, wo sind denn hier die scheiß Kackseiten? Das spannt mich gerade an. Ich krieg wegen Flexe noch nen Herzschirsch. Entschuldigung, es tut mir leid. Es tut mir leid, aber es ist mein Kryptonit, das Spiel. Warte mal, wo waren wir denn... Hä? Geh weg, Oma! Oma, geh weg! Geh weg! Geh weg, Oma! Geh weg! Hey, ist wieder der Eingang? Wieso ist denn die Eingangstür zu gewesen? Dün, 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 dün! Mysterium. Ein Mann Abdallah ermittelt schon. Und fragt sich auch, wer ist die Oma? Oma, geh weg! Geh weg! Geh weg! Fuck, wo waren wir denn noch nicht? Scheiße! Scheiße! Ja, die steht da! Mann, die soll weggehen! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Hier sind zu viele lange Gänge, dass die einfach vor uns spawnen kann. Das ist assi! Ich weiß nicht, wo wir überall schon waren, oder wo... Kacke, ey! Verdammt, scheiße! Das Problem ist, die Seite kann überall sein, die zwei Seiten, die wir noch brauchen. Schlimm ist, wenn du dich darauf konzentrierst, wird es noch schlimmer. Deswegen versuche ich mich mit Reden so ein bisschen zu beruhigen. Alter Kacke Oma! Oma, 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 Oma! Oma, geh weg! Oma, geh weg! Oma, ich... Oder ist hier noch eine Seite am liegen vielleicht? Auf dem Stuhl? Nein, ich glaube nicht. Fickner, Christoph, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Was ist mit dem Licht los? Hallo? Da ist eine Seite! Ich seh eine Seite! Ich seh eine Seite! Willkommen! Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag, Samstag, 20 Uhr. Ja, fünf und sechs. Eine Seite fehlt noch. Geh weg! Geh weg, Oma! Geh weg! Geh weg! Ich hasse dich! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wo ist die letzte Seite? Verdammt! Hier vielleicht? Ja! Ja, 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 ja! Wo ist das... Warte mal! Wo ist das Siegel? Wo ist das Scheißkack-Siegel? Geh weg! Ich muss gucken, wo ich hinlaufe. Mich muss hier langlaufen, glaube ich. Ciao! La, 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 la. Siegel war recht lang, ne? So wie es auf der Karte aussieht. Smash! Ich grüße dich! Willkommen zur Let's Play Live Show! Hi, welcome! Geh weg! Gott sei Dank. Alter, du Mist-Sau. Alter, die soll weggehen. Was ist denn das? Fick dich, Oma. Die soll abhauen. Steht die noch da? Die ste... Alter, was? Alter. Alter, das ist doch voll übertrieben. Die soll abhauen. Alter. Alter, wir können uns überhaupt nicht wehren. Die soll abhauen. Geh weg. Geh weg. Alter. Du Kack-Sau, geh weg. Alter, ich hasse mich. Geh weg. Geh weg. Lass mich hier. Warum komm ich nicht hier do... Alter. Scheiß, die Tür ist zu. Was? Fick dich. Fick... Was? Fick dich. Was? Fick dich, der große... Tod, der große Gleichmacher. Fick dich. Ich komm mich nicht wehren. Ich hatte das Buch in der Hand. Fick dich, scheiß Oma. Ich hasse dich. Alter, fick dich, der Tod, der große Gleichmacher. Alter, was soll... Ach nee, jetzt wieder von vorne, oder was? Ey, was ist das denn für eine Scheiße? Also, die Scheiße. Ach, komm. Alter, hab ich schon mal erwähnt, dass mir die Oma auf den Sack geht? Aber richtig? Äh, was ist denn jetzt? Neues Labyrinth? Cool. Alter, die Oma geht mir sowas von auf den Sack, ne? Das ist unfassbar. Diese Kack-Wichs-Oma. Ich hab die gar nicht angeguckt. Da sterbe ich. Alter, Kack-Dreckspiegel. So. Ja, ja, I know you're there. Halt die Frisse. Alter. Alter. Du Scheiß-Kack-Dinge, du. Alter, diese Kack-Oma. Die geht mir auf den Sack. Ich will hier nur raus. Halt die Schnauze. Anybody there? Du weißt doch, dass sie da ist. Das war doch noch so blöd. Niemand in die Nähe? So, ich mach's jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ich hoffe, man nimmt es... Ja, ist... Ja, ist ja gut. Na, na, na. Oh, mein Stuhl, der sich selbstständig aufstellt. Auch geil. Ja, vier von sechs. Höh! Was? Ist, glaube ich, ein anderes Labyrinth. Kann das sein oder ist das dasselbe? Was haben die alle mit Dings? Achso, das ist, äh, äh, ähm... Ah, da liegt eine Seite. Ähm, das ist Dings. Das ist... Du kannst da interagieren. Dann flackert zum Beispiel bei mir das Licht. Oder sie fragt zum Beispiel... Hallo, anybody there? Oder, äh... Die Karte... Oder man hört Fußtritte. So, wie jetzt gerade. So, äh... Hallo? Was, irgendwie erinnert er mich an, was? Ja, ich wollte schon... Uah, Alter! Oh, dieser Kack-Oma. Fick dich! Ah, gestert! Verdammt. Entschuldigung. Ähm, ja, viele haben schon gesagt, dass ich mich so anhöre. Es tut mir leid. Aber ich finde es immer wieder faszinierend und interessant, dass mich Leute mit so einem großen YouTuber vergleichen. Vielen lieben Dank. Ja! Die sterben, du Sau! Jetzt passe ich gar nicht auf, wo die Seiten sind. Ey, verdammt. Da ist das Siegel. Ja! Hallo! 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 So, la, 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 la. Willkommen zur Let's Play Live Show jeden Freitag im Samstag ab 20 Uhr. Heute Halloween Special. Mit ganz viel Horrorspielen. Da war schon wieder die Oma. Ich hab's gesehen. Die war hier gerade. Ich schwör, Alter. Oma, 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 Oma. Oma, geh weg. 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 Du sterben. Du Kackbratze. Alter. Wegen dir krieg ich noch einen Herzinfarkt. Ich brauch den Nächsten hier neben mir so einen Arzt, ey. Mit so einem Tropf. Weißt du, der mich so wie anschließt. Damit ich hier nicht vorm Stuhl kippe. Kann ich mal hin, hä? Fragt doch noch so blöd. Siehst du, die Falten-Oma, die hier rumrennt. Mann. Ja, willkommen zur Let's Play Live-Show aller neuen Zuschauer. Jeden Freitag, Samstag, ab 20 Uhr, Folge 181. Heute, alter, 31 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig. Vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Ja! Aber wo ist jetzt, warte mal, wo ist das Siegel? Ich muss mal schnell gucken. Verdammt, scheiße. Warte. Warte mal, wäre das Siegel doch schon gefunden, ne? Wieso hat das nicht markiert? Wie assi ist das denn? Oma, 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 geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, 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 weg. Ich glaube, hier lang war das, oder? Nein. Geh weg, Oma! Ja, 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 ja. Alter, und jetzt, lass mich bloß in Ruhe, du blöde Oma. Jetzt nur noch weg hier. Weg, 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 weg. Wuii. Hallo, supertugs, ich grüße dich, willkommen zur Let's Play Live Show. Ich dachte, du hast heute Urlaub. Du hast dir doch heute freigenommen, wegen Stream. Oder beziehungsweise, du hast dir doch freigenommen, wegen Stream heute. Ich frage mich nur gerade, wo die anderen Mods sind. Jetzt taucht mal einer auf. Die anderen Mods sind alle irgendwie unter Walter Lieven. Ja, ja, alter, alter, du Kacksau. Alter, du Kackmissau. Was war das denn? Alter. Da muss ich mir selber mal eben kurz angucken. Warte mal. Alter, diese Kackmissau. Er steht hier auf einmal vor uns. Ich glaub's ja wohl. Ich guck mir das gerade mal selber kurz an. Alter, wie peinlich. Wie peinlich ist das denn bitte? Boah, ich mach mal kurz hier bei der Aufnahme eine Pause. Warte mal. Warte mal.